halloa hier war ich kühnkühn und damit 3 kärzig begonnen auf dem rostigen kanal und zum kleinen fluffengame heute sind wir, ich spiel zusammen, der sea shift at francisco's remake options schilds passen play game gespiele und ab gehts zur seh die wilde seh warte franzisco hab ich irgend...oh hier habe kein licht Hier habe ich auch nicht. Die Züren gehen nicht. Was ist hier? Wo ist die See? Hallo? Leid, ich habe nur so viele Batterien. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Man hat halt die gewohnte Office geändert. Aber wenigstens etwas anderes. Aber er steht immer noch da. Er kommt gleich. Nein, diese Batterie. Ich kann nicht weg. Mit Masken. Schaut mal, wie viel Licht ich noch habe. Ist das noch fair? Sagt man selber. Und das sind reelle 6 Minuten. Na, das kann ja mal heiler werden. Na, das kann ja mal Prost nehmen. Ja, das kann ja mal heiler werden. Ja, das kann ja sein. Ja, das kann ja sein. Das kann ja sein. Aber jetzt müssen wir mit dem Lichtern. Heilig's rechle. Das ist ja easy, also Licht brauche ich gar nicht, sobald ich ihn höre, ist er weg. Genau das richtige Spiel für mich, full easy, full easy, jetzt habe ich hier wunder was gedacht, kein anderes Spiel, C-Shift, wow, and Austin, and Austin, es war so geil, aber das hier. Tschüss. Wir warten aufs Glück, bis ich ihn hier sehe. Heilig, damit ich meine Maske aufziehen kann. Er schaut in der Lüftung. Er macht einen Sound, dann ist er da. Das ist ja laut, oder? Das ist ja laut. Jetzt können wir ihn wieder anschauen. Von González. Amore, Amore. Ihr haut ja an Ohre. Wieso kann ich mein Licht nicht auffüllen? Ei, 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 ei. Was tue ich mir nur an? Leute. Schreibt es mal in die Kommentare. Er ist hier. Es ist zu easy, selbst für mich ist es viel zu einfach, weil da brauche ich ja nicht mal eine Kamera oder sonst was, das kann ich mir die Augen zu machen und sobald ich das Geräusch in der Office höre, mache ich dann wieder die Maske. Da kannst du wirklich nebenher schlafen. Und ihr seht ja, das läuft ja reell. Ja. 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 Ich bin der Party Room. Oh mein Gott. Ja. Aber Gott sei Dank haben wir schon fünf. Ähm. Ich sage lieber nichts dazu. Immer dasselbe Ablauf Und irgendwann denkst du Wann wird es mal wieder Richtig Sommer Ja Leute We got it Was What Noch mal eine Minute dranhängen Oder was Bis 7 Das stand nicht in meinem Arbeitsvertrag Nein 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 Jetzt kommt er gerade durch die Lüftung Und wenn ich das mal beim Spiel sag, dass es mir zu einfach ist Dann würde ich mir als Entwickler mal Gedanken machen 6 a.m. Das war 7 a.m. Oh 7 a.m. Das wollte ich gerade sagen Ich wollte gerade sagen, was ich mir habe Ja 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 Ich bedanke mich bei euch vor zu sehen Das war die Lüftung Das war die Lüftung Das war die Lüftung Das war die Lüftung Das war die Lüftung